Nun haben wir es mit den Influencern damit zu tun, dass das auch im Wohnzimmer stattfindet, aber auch noch aus dem Wohnzimmer zugleich rausgesendet wird. Und da wir sehr viel über Lifestyle gehen, wie wir jetzt nur in Ansätzen gesehen haben, können wir uns auch vorstellen, wie leicht das mit anderen Ideologien auch verbunden werden kann. Wir haben beispielsweise in den USA Influencer, die mit frauenfeindlichen Inhalten extreme Reichweiten haben und die aber gar nicht primär politisches thematisieren. Die reden jetzt nicht laufend über die Republikanische Partei oder so, aber indem sie einen gewissen Lifestyle kultivieren, ist die Botschaft dann für die Follower eigentlich vollkommen klar, wer gewählt wird oder wie man sich in der Gesellschaft verhält und wen man hasst und all das. Das heißt, das ist dann viel subtiler als die übliche Propagandarede.